Ich war schon sehr viel besser wie die Mane. Na, mir Akali ist so geil. War nicht Ari. Und auch nicht Akali, ich weiß. Oh, auch nicht Akali. Junge, endlich mal ein schlauer Top-Leader. Ja, ich hab das ja so oft gemacht. Nein, hast du nicht, Pius. Alles gut, Opa. Find's Bettchen. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Conqueror, höchste Winrate im Jungle. Wow. Wow. I'm feeling good. Warum können die sich eigentlich nie ordern? I feel good. Weil das nur wir drauf haben. Ja, ist in Ordnung. Weil die geile Spritzer sind, weißt du? Spreile Gitzer? Putscher-Tru-Damit-Akali oder Project-Akali? Oh, Project. Nee, warte mal. Project mit weißen Chroma. Ja. Ah, weiß ich. Project ist irgendwie so. Damit ist irgendwie schon besser aus. Beste ist Star Guardian. Star Guardian mit Blau-Chroma. Das ist der View-Stick. Also, Botman mit permanent Gefätzchen der Lane, ne? Ja. Das ist quasi für beide Jungler immer Free Double Kill. Collecting. Collecting. Basically. Ich bin jetzt Kamerus, ne? Kamerus bist du, ja? Kamerus. Hier spiel ich Komet? Spiel ich Aerie? Mal gucken, was hat du besser Win-Wild-Montag? Also, ich spiel Komet. Ich glaub, David Komet würde schon böse kommen, oder? Aerie hat 3% mehr Win-Rate. Aber ich kann auch Komet gehen. Die kommt sehr böse. Oh, warum wird das wach? Auf Rolls haben die auch David Komet gespielt. Okay. Boah, meine Stimme, du. Die ist aber auch wieder weg. Bummst die aber auch andauernd, ne? Jaja. Wenn man so viel Scheiße labt, was? Nice. Hau rein, Alex. Viel Erfolg. Gut Lack. Herr Fun sag ich nicht, aber ehrlich. So wie deine Mama. Okay, okay. Sag ich mal eine Runde? Waros-Swift-Bold spielen? Mhm. Nee. Nee. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Nee, wirklich gar nicht. Dieser RPG-Skin. Ach so. Der ist gottlos hässlich. Ich find's saunice. Hast du saunice? Ja. Ey, wir brauchen ein Maskottchen, Soda. Ein Maskottchen? Ja, so ein wie nein Maskottchen. Wir haben noch schon Phil. Ja, aber so ein, wo man sich auch verbinden kann, weißt du? So wie man bei mir auf dem Channel so weit zieht. Wir brauchen so ein... Ah, ja, ja. Was auch uns dann anfeuert on stage in ein Kostüm, weißt du? Natürlich. Ja, so ein V einfach. Nee. Ja, aber ein V, also der Vogel. Der Vogel-V. Neun, wir brauchen neun V. Neun V. Neun V. Neun V. Okay. Perfekt fürs nächste Blutkipp am Hintergrund. Also ein V. Ja, ich fände eigentlich so ein Schwimmer gut. Der ist auch so ein menschliches V dann. Ein Schwimmer? Baut der sich immer auf. Ich finde auch einfach so ein V mit Augen geil. Also... Ein V mit neunen als Augen. Das ist jetzt aber wild hier. Und bei dem Po, du hast ja so Augen in dem Fächer da hinten. Das sind alles neun. Okay guys, lass mal Fokus trotzdem machen hier. Jetzt geht's. Holy shit. Ihr Kack-Noobs. Ihr Kack-Noobs. Oh, ich hab so Bock jetzt noch ne Runde mit euch zu spielen. Ey, megageil. Ich muss kurz was trinken. Können wir Pause machen? Nein. Ich muss auch kurz weg. Macht so Spaß. Ähm... Super. Oh, lol. Was ist das für ein Backport? What the fuck? Ah ne, komm her. Oh. Ich ping den. Ich krieg von kurz. Nein, du hast den erst. Oh. Du warst da, also ich ping für euch. Fucking FF. Ja, lass mich Solo starten. Minions has spawned. Ja, wär gut für mich. Moins, ich hab zufällig mitgekriegt, dass du wie nein neun Pfauen brauchst. Ich hab zufällig eine Pfauenfarm. Gerne einfach kontaktieren. Der pick. Ich krieg bitte keine Pryo. Okay. Nice. Das ist dir bewusst, als wenn ich Akali spiel. Mhm. Ja, Akali im Team, das fühlt sich ganz komisch an irgendwie gerade. Hast du gestern auch hart mitgewonnen. Ja. Ein Gang. Apple top. Ja, also Botland ist vorbei. 8 Sekunden Q. Ja, ich sage mich ja einfach voll clearmäßig runter und dann bin ich bei euch. Weil wir drei Camps machen und euch dann ganken. Das heißt, dafür braucht ihr Wischen. Ja. Gibt's keine Pots mehr? Ja. Gibt's keine Pots mehr? Ja. Mh. 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 Oh mein Gott, blockt die das, Alter. Mit den 10 Mana. Top-TP, ich muss auch TP'n. Hinterkriegt'n Fire. Ja, fuck, wir können was trainen, ne? Ja, bei Soldier of Space noch Top-Set gehen. Dann lass' nächstes wieder mal hardschaffen. Ich kann hier Mitte gucken. Oh, weiß hier. Ich bin aber auch da, Pius. Ich hab gleich Jump-Up, ich komme. Hier steht außerhalb des Fußschlusses und checkt es nicht. Guck mal. Das ist so unplayable für die. Ja, aus Karma ist disgusting. Weiß hier Top-Side. In meinem Jungle, in meinem Jungle, bye bye. Ich würde gerne auf der Basel sind. Könnt ihr hier rein? Ja, ja, move mal rein, ruhig. Ja, ja, ja. Ist toll. Ich geh einmal außenrum, ne? Ja. Okay. Schönes Ding. Ja, GG-BP. Ich möchte hier noch Hydra, oder? Ich glaub, Hydra ist immer noch gut auf Druck raus. Oh, Blubuff. Fuck. Für Weiß, Spiel vorbei auf jeden Fall. Ja, Bot-Land ist auch over. Aus die Maus. Mit-Land ist auch. Oh, mit-Land auch. Ei, ei, ei. Oh, GG. Ah, da war der Level 6 Spike. Oh, ich hab mal ulti. Oh, ich hab mal ulti, ja. Oh Mann. Ja, wir stacken jetzt die Rave einfach. Bot-Land ist miss. Lux ist in Base. Ich glaub kein Flash. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Hm. I do what I must. Hm. Also, Weiß wird ziemlich sicher ein Play-Off-Bot probieren. Ich hab keine Sums. Hm, ja, Weiß hat alle Camps, alle Camps ab. Also, entweder sie ist hier Top oder Bot. Okay. Ja, Bot-Land Slow Push zu denen, also. Ja, Ari sehen wir hier. Ich komm, äh, nach Crux komm ich Bot-Lane. Ich kann auch nicht rotieren, ich kann auch nicht rotieren. Äh, Ari könnte hier am Try sein, ne? Ari ist wieder da. Kannst du in die Lane move'n danach? Ja, ja. Also, die müssten hier eigentlich einen Play-Off-Top machen. Ja, Weiß kommt, Weiß kommt. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich hab euren Rücken. Ja, lass doch Weiß dann einfach gehen. Ja. Die flasht. Oh, nice. Ich hab ult, aber ich hab ult, aber ich komm nicht ran, wenn wir noch irgendwas haben. Okay. Huge. Ich jump, ich jump, ich jump. Bist du alleine aber? Ja. Rave kommt gleich. Ja, 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 ich, äh, weiß auch nicht, was ich mach. Ich hab dich. Ich geh in Passive rein. Nicht. Ich würde hier, äh... Ein Brückchen? Ganz ehrenlos. Ja, ja, ganz ehrenlos. Ja, ja, ganz ehrenlos. Geil, ich hab auch ult jetzt, ich hab auch ult. Okay, ich komme. Oh. Ja, soweit komme ich nicht gejumpt, shit. Hm. Ja, wir können das, glaub ich, sogar diven. Ich hab ult. Ich hab auch ult. Ja, dann muss gleich einer von euch tanken. Ich tank das mit Mantra V. Okay. Oh. Absolut. Tragödie. Mit tot. Oh. Execute. Ich seh dich da nochmal reinspringen. Ja, ja, ich jump, ich jump von hier, ich jump von hier, ich jump von hier. Beten mich, ich bieb mich an. Ich krieg ne Q im, 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 im Pflug und bin tot. Nice. Ich bin im Passive. Du hast leider aus meiner Q rausgekickt, aber das war bei mir. Schade. Aber ist gut, Lux hat Shutdown delivered. Wisst ihr, wo er weiß? Oh Gott. Harald wahrscheinlich. Weil viel ein bisschen Overstate da wird. Was meinst du denn, man? Hä? Hä? Oh. Shit. Wo ist denn die Kutsche? Ach, schade. Okay, jetzt sollst du jetzt trotzdem sauber zusammenspielen. Also Lux ist fett. Mega sauber. Äh, die V-Invaded ist noch meine Topside wahrscheinlich, ich geh dafür hin. Uh, da könnten wir hingehen eigentlich. Ah, die geht Mitte. Okay. Okay, nice. Wie bitte rauspushen, dass ich resetten kann? Mhm. Ich kann nicht. Morde is base. Okay. Ich hol den 3 wieder ab hier, die Wave pusht zu uns. Ist einfach mit W rauflaufen. Oh. Ich fullcle mich hier einmal wieder runter und dann können wir für Drake gehen. Bitte kommt aus Base. Aber Wai Spots hat gegangen. Mhm. Mhm. Ja, Respected gerade. Ja, Respected gerade. Weil, die können... Oh, die 4. Also Spot. Ari kommt jetzt auch. Wart aber noch. Ari ist gleich da, Ari gleich da. Hey, du Arsch. Ari ist da, Ari ist da. Ari ist da, Ari ist da. Ari ist da, Ari ist da, Ari ist da. Okay, cool. Achso. Achso. Was denn? Wir sind auf den Key getunnelt. Boah, das reicht nicht. Na, das ist gut. Also ich kenn das. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Ah, hilf mir. Ja. Ruf mit aus Base hier. Nimm sie. Zack. Nice. Ah, ich geh direkt für Drake hier noch. Du pushst Botline, ne? Ja, jo. Kannst du zu mir kommen, Kutcher? Fick dich. Wow. Okay. Unterwegs. Hä? I kommt hier. Frisch Mitte, dann move ich. I, kein Old. Nice. Okay, Base. Ja, Drake ist safe. Ich move wieder Bot aus Base. Oh. Kein, kein Cleanse auf. Auf Kale. Ja, wie sieht es mit Summoners aus? Also Kale auf jeden Fall kein Cleanse, Rest hab ich nicht gesehen. Ja, ich bin hier ready zum Jumpen. Wenn die hier gleich einen River walken. Oh, das wird böse. Warte. Bin drauf. Geil. Lass fighten. Geil. Keine Ull. Jetzt nicht mehr. Ja, ich hab zwei Jump, zwei Jump, zwei Jump. Okay. Bin tot. Flasht drauf. Flasht drauf. Also er hat Flasht drauf, ist fein. Die war ja auch grad geflasht, diese. Hm. Ne. Not sure. Ich hab Hydra in Base hier. Der Mordekaiser geht glaub ich zu deinem Golem. Äh, kommt mein ich. Ah, du bist auch noch da. Moin. Jo. Oh, der geht Mitte. Sorry. Sorry. Oh, all good. Ich geb Space wieder Bot-Side einfach. Dafür wird er aber zwei Minions missen. Ja, ich mein. Cloud Drake Early ist ja so OP. Ich hab 380 Minions. Ja, Cloud Drake ist so underrated. Wie geil. Ich komm hier Bot-Lane einfach direkt. Wobei die geht gar an. Ulti 15. Ich bin grad Mitte. Wenn die Krabbe macht, ist illegal. Ja, ja. Harry hat keine Ulti. Kannst du auf sie raufbrennen. Ich hab ein 8. Ich mach den Harry mit. Ich krieg hier Bot-Wave. Ich bin ready hier zu fighten, wenn wir wollen. Ja, ich würd den Harry eigentlich verteidigen wollen. Was Harry verteidigen. Ich kann hier reinmoven jetzt. Aber ist besser für mich, wenn ich einfach Bot-Pushe ehrlich gesagt. Wodekaiser kann wieder reinmoven. Ich bin 10 Sekunden später da. Er könnte jetzt hier sein. Start-Tech ja. Ja. Aber ich bin auch gleich da. Ich bin in der Round jetzt. Ich bin in der Round. Oh, der Monikaiser weiß. Das ist eine Pfanne. Okay, nice. Okay, nice. Ich bin da. Ich würde jetzt gerne noch ein, zwei Bot-Plates nehmen, bevor die geworden sind. Gönn dir. Hawaii könnte das answern. Hux ist auch miss. Mitte Flash. Kannst du einen Spot hovern? Ja. Ja, ja. Direkt nach diesem Camp hier. Ich habe euren Rücken. Ich glaube, Hawaii ist hier. Sonst würde ich nicht upsteppen. No, probably. Nee. Also noch nicht hier. Bei Mitte. Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Okay. Flash. Hast du Passive? Gehen wir für den Dive? Oder? Ja, ja. Können wir machen. Die gehen für Mitte, aber kann ich eh nicht. Ich hab kein TP. Ich will. Lass einfach früher turretieren. Die haben kein Ulti mehr jetzt, beide. Ah, Luxier bei mir. Ey, ich move rein. Ist egal, oder? In der Mitte kann man defenden. Komm mal filmen. Nee, in der Mitte. Ari, kein Flash. Aber du kannst Ari killen. Ja, ich komme von hinten. Nee, kein Ult, kein Flash. Kein Ult, kein Flash. Tschüss. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin auch da. Aber da hast du Mordkaiser noch. Da will ich eigentlich nicht hin. Naja, mal gucken. Die ist ja auch. Gar nichts drauf. Ich würde sagen, Zola mit. Ich mach bloß. Und nach Reset. Schafft das. Drake in der Minute. Ja, ich müsste ja eigentlich noch Resetten, aber ich würde dann da unten zwar. Nee. Okay. Ari kommt jetzt erst aufs Base. Ja, ich bin hart auf Tempo, aber ich gebe das, was ich noch Base. 2k. Ich habe keinen TP. Ich würde jetzt instant 2. Ich hätte das besser, glaube ich. Also wir sind schon brutal. Also 4 gegen 4 gewinnen wir ultra hart. Ja. Ja, also Mordkaiser hat TP. Aber das gewinnt ja auch 4 gegen 5. Ja. Ich glaube auch. Ja, ich spiel jetzt hier für Harry. Mach doch mal. Ja. Ich sollte den Drake nicht droppen. Ich hab's hier. Na, Zari ein bisschen spät, ne? Ja. Das ist top. Komm mal, komm mal, komm mal. Er hat ult, ne? Ja, ich überleb mit meiner ult. Okay. Wobei ist er ein Raptors. Da komm ich nicht ran. Okay, ich habe ihn low. Er war hier? Ja, ja. Ja. Willst du? Ja, ich überlebe. Ich überlebe. Okay, ich gehe, ich gehe. Dann müssen wir den Drake is over droppen, ne? Ja, dann müssen wir. Aber wir können die hier so... Hat Vi geultet? Ja. Auch Ari wieder geultet. Mord auch. Ich wollte das jetzt getroffen. Ich bin auf Harry hier. Ich hab Harry. Ich hab euren Rücken jetzt Mitte. Ja. Das ist extrem low. Ja, ne? Maybe. Das wird Mitte Tower spielen, ja? Ja, ja, ja. Ich bin hier auch around. Better Space auch im Moment im Moment. Nice. Ne, ich gehe top. Okay, aber... Ja, wir spielen besser. Spielen wir noch für Mitte T2? Ah, ne. Ne, 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 ne. Ne, ne. In last wave und raus. Die hat maybe wieder ult. Dann ult ich sie aber auch. Worte keine Ult. Und Flash weiß ich nicht genau. Phil hat der geflasht? Naja, es hat bei mir nicht geflasht. Bei mir auch nicht. Gabana hat mir ein bisschen Base. Das ist schon frech von der. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, eigentlich schon, ne? Können jetzt alle Bot-moven. Wir wollen jetzt in Top Line spielen, ne? Mitte into Top. Okay. Ja. Ich mach das hier wahrscheinlich, ne? Worte kann er schon super low. Aber ich kann ihn nicht quillen. Jetzt wird er wieder Ult hier. Oh, weiß. Hier. Oh, ich bin fein. Harry wahrscheinlich auch. Ja, probier rauszukommen da einfach, wenn es geht. Lass uns direkt mit der Top-Move. Lass direkt Top spielen. Lass direkt Top spielen, ja. Top-Lane ist... Der hat geflasht. Der hat geflasht ulted. Der killt den. Weiß auch dead. Keine Ult. Beide keine Ult. Arien, bye. Ich hab Jump-Up. Der geht immer. Wir kennen ja gar nix. Okay. Was macht der denn? Stark. Rampage. Ich mach ja. Ich mach ja. Wir haben auch WCP. Ich will dir auf jeden Fall für zwei Trills gehen. Mitte ist eh gone. Lass einmal durchziehen. Bot ist wahrscheinlich nicht gone. Kriegen wir, kriegen wir, kriegen wir. Haut drauf, haut drauf. Haut schneller. Ich glaub Piuski, du mal Bot. Und ich geh immer Mitte. Mhm. Wer da mal hinter dir fehlt. Weil die hat kein Ult. Ja, ich kill die. Wir können für T3 auch noch gehen hier. Ja, ich bin... In eurem Rückenmodo wird auch kein Ult haben, wenn er da ist. Kein Plan, wo Y ist. Y, noch kein Ult, kein Ult. Die wollen wir nicht haben. Stark. Ja, das ist 20. Minute an sich. Aber brauchen wir auch nicht. Enemy Red könnte ab sein. Ich stehe so fett, wie ich bin. Ist doch sogar Ambulkler hier gut auf mir, oder? Ja. Die kommen hier noch her, ne? Wenn wir hier fighten wollen, Guys. Und die Weibelt gleich hier topside reinlaufen. Nicht Push-Bot. Schaut mal bitte, schaut mal bitte. Ja, wir gucken auf Gates. Hier. Was ist los? Die Weibelt hier wahrscheinlich reinholten von oben. Ja, aber die haben einen weniger. Oh lol. Ich denke. Tower. Boom. Ari hinter uns. Oh shit. Oh ne, oh ne. Oh ne. Ari hat keinen Ult Stack mehr, ne? Wie viel ich kille? Wir killen den Mord einfach. Ja, das ist voll live, das ist voll live, das ist voll live. Oh. Oh. Ari kann ein Flash. Ja, ich sehe dich hin. Ari hier bei mir. Oh. Nein. Acht auf Ult, Acht auf Ult. Ich hab Passive noch, alles gut. Okay. Wir haben hier bisschen. Weih ist wieder alive. Ja. Ich geh für Botcams noch. Mhm. Können wir zusammen machen. Sola, wenn du möchtest. Stecker Gold. Ja, aber sonst sterbe ich gegen Weih. Was? Der Bluebuff fände ich auch nice auf mir. Ja, Bluebuff ist immer auf der Kali, Leute. Sonst raste ich aus. Ich geh hier an. Weih kommt hier rein. Weih kommt hier rein. Weih kommt hier rein. Ich hol's? Ja. Guck mal. Ja. Oh. Ich hatte leider keinen Jump ab. Ah. Ist gut. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich hab keine Ult. Da kommt noch gleich Ari von. Na vorbei. Ich kann alles blocken. Geht keine Ult. Passive Kate Ult auf, ne? Ich weiß nicht. Ich geh besser. Weih mit's okay. Wir haben Drake 20. Ich bin slightly fett. Ja. Wirklich slightly. Ich glaub Edge of Night ist hier auch geil. Hast du gedacht, ne? Ne. Ich hatte Smite ready, ja. Weih ist hier. 100%. Ne. Weih ist dead. Ehh. Gaitlin. 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 Oh. Da war jemand. Oh. Vielleicht sind die bei uns drin. Ne. Lass dir Drake einmal nehmen. Nur Drake into Baron würde ich sagen. Ja. Ich hab nix. Beziehungsweise wir catchen die einfach vor. Vor Baron. Der Nash ist auch ultra slow. Wir können ja mal Drake. Aber ich mach mal. Der Top Defendant gehen. Also wenn. Das ist auch nicht Drake. Ne. Drake sowieso free. Naja. Kann schon bot lane gehen. Ach ne. Okay. Wenn du da was überhaupt machen kannst. Ja. Also gegen Morde gewinn ich nicht. Ja. Also ich denk wir sollten schon weiter pressure. Damit die jetzt nicht an 3 items kommen. Ja. Aber die werden ja gleich top lane bleiben. Ich hab dafür TP dann. Pius. Machen wir nicht einfach Nash & Turn? Jaja. Genau. Würde ich auch sagen. Also wir setzen hier Deep Vision Mitte. Damit wir wissen ob die rein walken oder nicht. Und dann kann ich hier mal reinjumpen. Ja. Wir können hier so lang laufen. Ja. Okay. Ja ich guck gleich. Soll ich jetzt schon? Ja. Ich glaub kannst warten. Dann gehen wir Mitte durch hier? Ich glaub. Lass Mitte durch. Lass Mitte uns für 2 items. Ich jump auf Morde wenn der upsteppt. Nate ist hinten. Oh. What? Ich geh ab Kay. Ich bin fein. Ja wir machen den Tower. Bleibt der in seinem Realm? Ist dein Tower jetzt gone? Ja das stimmt. Ja Turo ist gone. Okay. Oh wenn der Autodack auf den. Nice. Machen wir Ende oder? Ende oder Top Ende? Ne macht Ende. Ja ja ja. Ende glaub ich wird nicht. Ne lass Top Ende. Ah knapp. Knappes Ding. Knappes Ding. Knapp. Ich hätte jetzt auch nicht 5 Leute da waren tatsächlich. Waren auch nur 4. Krass so. Ich hab 7 auf Old. Super. Waren ihr Old? Ja ja ich bin raus gehüpft gerade. Knappel ist immer noch Toplane. Ich bin 30 oder Old. Was war das? Y Flash? Ich glaub Kate Flash. Wie haben die alles benutzt auch? Ja ja. Wir können hier Nash direkt machen. Ja ja. Lassen wir mal einen Instant Nash machen oder? Die rechnen noch safe mit Backboard. Kate muss auch noch jetzt basen. Die ist auf Tempo. Ja ich glaube immer ein Nash ja. Knappel ist straight. Kriegen wir hier noch Vision irgendwie hin? Mhm. Ich hab Blue Trinkets. Ich hab's dann rüber bekommen. Ich hab's dann rüber bekommen. Oh die haben Vision. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Einfach durchziehen. Ich glaube du bufferst einfach mitteln. Wir gehen direkt bot. Ja. I do what I must. Knappel ist gut. Oh gar kein Ultimate mehr. Ich würd direkt auf der Wave hier gerne spielen. Drei Botlane. Drei Botlane. Ich slow pushe das Mitte. Ich hab euren Rücken gleich. Aber jetzt gerade haben die noch mehr ne. Okay. Ich jump da einfach blind in den Busch rein. Die stehen hier im Try. Wenn die fünf ist, ich komm. Ich hab keine Ruhe ne. Äh kein TP. Okay Kate's mit. Nice. Ich zieh durch. Weiter. Da war noch ne Weile. Dieser 6-Skill ist so hässlich man. Ja ich wollte ihn ausruhen. Der ist neu. Der ist neuer. Der ist neu. Ja. Die sind alle eigentlich nicht. Hey was soll denn das? Der feigst du das geil. Der feig ist nicht schlecht ja. Einfach mal nicht die Skins. Okay. Eigentlich will ich nicht. Nicht so hart gemütten. Ey wo ist meine Uldin? Ja bei uns. Ja. Bei uns. Oh ja. Ich geh rein. Okay maybe too much. Rude. Die sind nicht mehr gegen die. Die sind nicht mehr gegen die.